Jetzt der letzte Flug, der Powing 2018. Dann ist hier diese Veranstaltung, was den Flugbestieg beendet. Eine Extra 33 LX, also ein Nachbau des modernsten Flugzeugen von Walter Extra, Flugzeugenbau aus Hünse. Die Maschine ist 2,70 Meter groß, riecht 30,50 Kilogramm und wird mobilisiert in einem CPI-123. Im August mit den großen Fliegern ein Fly-In. Hier gibt es bis zur originalen Mustang für 2000 PS alles zu sehen. Ich werde auch da sein, den Truffeldecker gleich sehen wir uns dann wieder. Hier, also hier im August, auf dem Flugstationer-Kreis, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, eine Superveranstaltung, eine der Schutzenpläne in ganz Deutschland. Ein Haufen der Piloten, frechnern wir und abends gut sind, ein großes Fliegerpartner. Ja. grip hat, aber gut ist. Hier ist die balls für 100 Fliegerpartnerin, die nur um genau diesem ist, wir nach, in der Zentrale sie, die fliege und die Fliegerpartneriabe für 14 styokom-ummmigen Vielen Dank.